Das sind Fabio MC, das ist der Mandat, und Smaragd, ist das richtig? Und Smaragd, hier, das ist eigentlich schon eine richtig geile Erfahrung, glaubt mir, das ist ein richtig geiler Wettel. Stopp, das wird noch lange nicht los. Ich muss euch kurz vorher darüber informieren, was im Endeffekt passieren soll. Halt, wir machen das ganz einfach, das wird eine harte Sache, glaubt mir. Weil einer von den beiden, ich hinscheide das jetzt einfach, also scheißegal wer von den beiden, aber die haben beiden eine scheißaufnahme. Du spielst heute Abend Echo, kennst du Echo Fresh? Pass auf, stopp, 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 stopp. Alter, ey, Alter, gib mir wirklich ein halbescher Kicker, ey. Pass auf, der nächste ist noch schlimmer, weil du, du bist Daniel Kübelberg, Alter. Pass auf, pass auf, wenn es geht darum, schnapp, 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 ich muss dir eine Situation vorstellen, aha. Soll ich meine Rückschläge jetzt noch ein bisschen ähnisch aussehen? Ja, pass auf, Daniel, ihr kennt alle Daniel Kübelberg, oder? Sagen wir einfach ein Eimer Scheiße. Und dieser Junge, Daniel Kübelberg, erwischt Echo, wie er seinen Schmidt-Kofferklauen hat. Und das ist die Sache, Lange, versteht? Ich will es einfach, ihr beide, stellt sich auf eure Rollen ein, wisst ihr wer ihr seid? Ja, ich bin da, die Grübelberg, gar nicht schau. Okay, Mann, und jetzt werden wir sehen, ob die beiden sich auf ihre Rolle einstellen können. Viel Spaß, aber auch. Und die Echo, mal lass dir auf Rap gehen, fängst du an, weil du bist ein Rapper, Echo. Ja, Mann, ich hab dich mitkommen auf verkackte Winde, Zweckig und flussige Bindes, wie es tut mir leid, aber ich muss nicht. Du sprichst dein Ego mit auf Windows. Ey, ey. Wie war das ganze Name, die NKO? Oh, es hinkommt nach Güterstag, gehst du NKO. Ich mach dich alle, ich steck dich in die Falle, Daniel Kübelberg, wenn ich deinen Kopf verknalle. Das war dann so, weil es einmal war, Deutschland sucht den größten Montag, die Karte. Weil du schreifst, ich muss nicht unterholen, Deine Kübelberg gehen zurück zum Polen. Yeah, ich steck leider warm, ich kenn den größten Huren schon. Wer hat Bock auf Smarag, den größten Hurensohn? Ich glaub keiner, sorry, es tut mir leid, aber Daniel Kübelberg ist im Vergleich zu dir noch feit. Boah, du bist allerhöchstens fünfte Mal, ich sagst mir, was du schon, ist das real? Scheiße, bitch, sieht ein Schlimmer aus, ey, das sieht verdammt nach unten, nimmt die Stimme aus. Ey, wenn ich mein Pupskas, wenn ich Kohle tanke, bin ich nicht wie eine kleine Pupsklampe. F.B.O., sorry, ich zieh nicht locker aus, ich hab keinen Bock auf dich, denn ich bin draus. Warst du draus, du bist nicht wie Harz, Echo number one auf den Billboard-Charts. Ich mach das Cash und nix nicht sludge, Juge Freestyle und Hats ist da. Also danke, Jury, jetzt bin ich deine Kübelbock, wenn ich wegen dem Typ Hall-Art in Kübelkotz, ist das normal, sorry, er ist kein schwanger Stahl, hier kommt F.B.O. ganz verbal, ist nicht ganz normal. Ich bin Chico, Psycho und ich nexo, Bitches um dir nicht, meinetwegen bin ich Deco. Gib ein Fack drauf, Mann, ich habe Mescaline, aber RIP ist erst im jeden Fall, scheiß auf Ende. Ey, 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 wer ist für den ganzen Hip-Hopper? Der Bocker, es ist Fabio und nicht der mit dem Koffer. Ihr wisst doch immer Bescheid, es tut mir wirklich leid, aber da in der Kübelbock, sorry, das ist nicht wirklich Zeit. Ey, ist das Rouge auf deiner Wacke? Bitch, zieh dich aus und tanze an der Stange. Machst du fast aus, du bist kranker, komm erstaunt, teig mir deine andere. Also blick nicht, sorry, du bist nur ne Blamasch, ich bin deine Kübelbock, und ich wollte dich in deinen Arsch. Es tut mir leid, Alter, so sieht das nun mal aus, sorry, Smarag, ich glaub, in fünf Minuten geht das Mike aus. Smarag geht aus und die Leute hören, du bist du bald, komm anstatt, Smarag, ich mach den Adoption. Okay, 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 ich muss sagen, es mal an. Ey, okay, was geht? Ey, im Kübelbock oder was, ey, Smarag, gib mir die Finken, ey, gib mir die Finken auf diese Scheiße. Ey, ein Applaus für Eko und für Daniel, das ist ein Dekko. Von Eko. Nein, ich war ein paar Seiten. Ich spick auf Daniel, die wirklich, nur Bescheid. Ich seh ja cool aus. Ihr müsst zugeben, die Leute, die beiden haben sich schon auf den Eingestellten, oder? Das war in Ordnung. Ich fand, die haben sich auf jeden Fall auf den Eingestellten. Wer hat das jetzt den Unterfüllschwein abgegeben? Ich weiß auch nicht, wir passen mit ihm an. Pass auf, was sagst du, wer hat sich besser auf seine Rolle eingestellt? Und wer hat besser, dieses repräsentierte Arme runtergegangen? Das ist nicht. Also ich fand Eko besser. Ja, ja. Dankeschön. Okay. Jetzt nicht auf ihn bezogen, nicht auf ihn bezogen. Ich fand Eko zwar nicht besser. Keinen Scheiß, Alter. Ich weiß, was heißt es. Okay, Mann. Was sagst du? Für mich, ich tut mir leid für die Zuschauer, dass sie nicht mit entstanden können, aber für mich war es mal ankommen. Dankeschön. Ja. Ja. Okay, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, Mann.